Das Wetter ist die Hitze von gestern, also lecker. Lecker, auch wenn sie nicht mehr ganz so heiß ist. Wenn du die unter die Bettdecke legst, dann nimmt sie so Körpertemperatur. So, wir gehen nach Hannover und spielen heute Morgen mit Shirin Moktari. Einen wunderschönen Morgen. Hallo, ihr beiden verordnet. Oh, warte, ich gehe nochmal hier vom Rechtsmarkt. Adland befindet sich gleich wieder auf dem Laufsteg. Leider habe ich keinen Zu, dass du dich wirst. Ah, schade. Ja, gut, okay. Tipp, mach beim Coffee-to-go richtig zu im Auto. Bei meiner ist heute Morgen umgekippt. Da war ein Becherhütter drin. Ach so, nur mal ein Armaturenprätsel. Ja, aber das macht ja gar keinen Unterschied. Wenn man weiß, wie in der Handlanz auch so aussieht, dann würde ich wissen, was ich meine. So ein Kaffeebecherumfeld oder ein Kartoffelsalat oder ein Spezelesspücher, das interessiert.